Willkommen zurück zu Let's Play WoW. Ja, wir sind wieder immer noch mit den Paradinen unterwegs. Wir müssen noch die Kessel zerstören, wo die Seuche austritt. Wir müssen den südlichen noch zerstören. Ne, er steht da vorne. Das werden wir noch schnell machen, ne. Der greift uns nun der an, das ist okay. Uh, wir müssen aber landen, sonst bringt uns das nichts. So, da haben wir ihn besiegt. Greift uns da noch einer an? Ja, er greift uns auch noch an. Ich wollte schon sagen, da kommt doch eigentlich viel zu viel Seuche auf uns. Ah, da ist noch einer. Mann, Mann, Mann. So viele von euch Verlassenen. Aber, ich weiß nicht, wenn man so einen Verlassenen tötet, könnt ihr den auch gleich wiederholen. Na, ist er dann tot? Oder ist er dann endgültig tot? Weiß es nicht. Hat es schon mal probiert? So, zack, den letzten. Aufmountain und dann gehen wir mal die Aufgabe gleich ab. Beim Kundschafter Wissler. Oder hieß er Wissler? Ich glaub, der hieß Wissler. So. Ja, schade, dass wir in der letzten Woche in der gleichen Instanz gelandet sind. Das fand ich nicht so gut, aber dafür kann ich jetzt nichts. Ihr wisst es. So, hallo. Kundschafter Wissler. Wisslich. Möchte, dass ihr nachher geht. Okay. Ach, das Paket. Genau, das Paket müssen wir holen. Das holen wir schnell. Das Gute ist. Wir können ja fliegen. Wir fliegen einfach hin, landen, holen uns und fliegen gleich wieder weg. Oh, da hinten sieht der Turm Utgard. Oder? Doch, das ist der Turm Utgard. So, wo soll der Medizinkoffer sein? Da ist er ja. Ja, komm. Was ist denn jetzt los? Wo kommst du denn her? Der Protodrache. Noch ein Protodrache. Noch so einer hier. So ein verseuchter. Was ist denn los? Lass mich in Ruhe. Aufmauten. Ich würde nur das Paket abgeben. Was ist denn los bei euch? Weiß ich nicht. So. Da fliegen wir mal. Da fliegen wir. Guten Tag. Guten Tag. Braucht ihr etwas? No. So. Ich wünsche mir, dass ihr das Paket abgeben. Ich würde hier zu Penny. Sie befinden sich in der Taverne von Westwach. Okay, ab nach Westwach wieder. Die Aufgabe werden wir dann erfüllen. Wir fliegen jetzt erst mal nach Westwach. Dann kann ich mal kurz was trinken. Solange der gute Kollege fliegt. Entschuldigung. So. Lass mal ihn mal weiter fliegen. So. Einmal strecken. So. Und da hinten sehen wir schon Westwach. Das ist sehr schön. So. Er fliegt und fliegt. So. Und ich sehe da schon, wo. Wo sollen wir in der Taverne? Und schon möchte ich das hier. Irgendwo hier draußen wird es schon sein. Naja. In der Burg natürlich. Oh, hier gibt es auch noch eine Aufgabe. Hier gibt es auch noch eine Aufgabe. Was möchtest du denn von uns? Lust auf ein Glas? Ich möchte, dass ihr seine Tochter die... Okay, das nehmen wir mal mit. Die Aufgabe. Unten, okay. Und denn... Da ist er. Ich möchte vor, dass ihr den Gefallenen hört. Dann wird er verabreicht umsehen. Okay. Jetzt müssen wir einen Gefangenen quälen. Juppie. Schnell nach unten. Haben wir das auch erledigt. Tor auf, bitte. Tor auf. Danke. So. Na gucken, was mit Ihnen jetzt passiert. Uh, ist er in Ordnung? Okay. Das scheint nicht so ganz in Ordnung zu sein. Da gehen wir mal schnell wieder weg. Wir waren das nicht. Tor auf, bitte. Wir waren das nicht. Wir waren das nicht. Dann gehen wir gleich mal die Aufgabe wieder ab. Hi, Pippi. So, Pippi hat euch dazu gebracht. Hauptmann, eine schlechte Nachricht über den solche der Verlassenen zu überbringen. Okay. Und wieder bestimmt in der Burg, sage ich doch. Ein Hin- und Hergelaufen. So, guten Tag, guten Tag. So, hoch hier. Uh, wer hängt fest. Da ist der Gute. Der Hauptmann. Der Hauptmann. Ich bin ganz ohr. So, Hauptmann möchte, dass hier fünf Bomben. Okay. Dann wollen wir mal ein paar Bomben abwerfen. Ich glaube, da mussten wir den Greif vorne nehmen, oder? Ich glaube, wir mussten den Greif da vorne nehmen. Du, auf Mountain. Komm hoch hier. So. Was kann ich für euch tun? Genau. Muss ich die Bomben an den Inventar ziehen? Wir haben also. Zack. Oh, können wir hier beim Fliegen aufmachen? Nein, können wir nicht. Okay. Oh, das Inventar müssen wir auch mal leer machen. Wir müssen eigentlich fast bei allen Schafs mal der Inventar leer machen. So, fünf solchen Kessel zerstreffen. Dann wollen wir das mal machen. So, und dann müssten wir eigentlich auch den Teil auch schon abgeschlossen haben. Und dann können wir uns hier. Ohrfuß der Kamagua. Können wir uns mit denen treffen. Dann haben wir dieses hier abgeschlossen. Dann können wir hier noch hin. Ja, noch viele Aufgaben auf uns. So, noch zwei. Zack. Ey, du fliegst doch nicht schon wieder weg, oder? Und. Zack. Gut, du darfst zurückfliegen. Lasst euch zum nächsten. Gut. Gut. Das sieht aus wie bei Frankenstein. Wie bei dem Film Van Helsing. Da sieht das auch so fast so ähnlich aus. Guter Film. Müsst ihr mal gucken. So. Dann gucken, ob wir danach noch eine Folgeaufgabe kriegen. Bestimmt. Wir müssen uns bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie es da oben heißt. In Fort Wilderfahrtreffen bestimmt. Da kriegen wir bestimmt die nächste Aufgabe, was wir da hin müssen. Er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Ja. Hier haben wir auch schon gequestet. Ihr wisst, die Protodrachen haben wir erledigt. Die Eier haben wir zerstört. Kanonenkugeln haben wir ja vorne gesammelt. Fleisch haben wir gesammelt. Also wir waren schon echt fleißig. Schon alleine nur in dem Teil. Fliegst du den hin, landest du jetzt da unten oder was? Naja, macht eine Kurve. Ich wollte schon sagen. Ich dachte schon. So, dann kann man auch gleich aufmountain. Und schnell wieder unten rein. Zack. Sehr schön. Schnell reiten. Guten Tag, Hauptmann. Da sind wir wieder. Aufgabe erfüllt. Hallo. Möchte, dass ihr zu... So, sag ich doch da, sollen wir uns treffen. Aber wir gehen jetzt zu dem guten Kollegen. Und gucken wir, welche Fraktion auf uns jetzt wartet. Aufmountain. Oh, hier gibt es auch nochmal eine Aufgabe. Was möchtest du von uns? Rüstmeister. Ah, sag ich doch. Wir sollen jetzt da hin. Aber wir werden jetzt erst hier hin. Zu den Kollegen. Ich nennt man den einen Wahlross. Nee, Wahlross ist doch nicht. Doch, glaube ich. Da sind noch Wahlrosser. Ich glaube, das sind Wahlrosser. Da. Uh. Ein Riesenaufzug. Eine Gondel. So, mal gucken, woher sitzt. Unser guter Freund, mit dem wir uns treffen sollen. Ich glaube, da oben. Oh, wir sind am Erz vorbeigeflogen. Ach, ist nicht schlimm. So. Das sieht echt genial aus, finde ich. Fand ich schon früher geil. Die Seilbahn. So, guten Tag. Da ist er ja. Ich werde euch anhören. Das ist schön, dass uns anhören möchte. Das hier ein Aufzug. Seht euch warm an. Okay. So, dann werden wir mal da hin. Wir müssen ein paar Relikte sammeln. Die Toten stehen auf. Da müssen wir vier Hinweise schnell sammeln. Aber das geht schneller. Da fliegen wir einfach hin. Sturmriese. Kannst du mal da hinten weiter wandern. Das ist gut. So, ach, da ganz weit hinten. Ganz weit hinten. Zum Friedhof müssen wir. Der Hollenefjord. Ja, hier haben wir auch jetzt schon mittlerweile ein paar Folgen verbracht. Ist okay. Bald könnten wir ins nächste Land. Aber wir werden erstmal ein paar Aufgaben hier noch erfüllen. Können wir nicht schon ins nächste Land. Haben wir da eine Aufgabe. Da hätten wir sowas schon eine Aufgabe ins Grizzly-Land. Da habe ich auch schon ewig nicht mehr gequestet. Da könnten wir, sagen wir eigentlich. Ja gut. Sagen wir mal, wir gehen ins Grizzly-Land mit Level 65. Da können wir dann hin. Weil das Level haben wir ja fast geschafft. Oh, wir sagen, wenn wir die Insel hier unten komplett frei gequestet haben, dann können wir da hin. So, der erste Hinweis. Ach, Mensch, lass mich doch in Ruhe. Zack. So. Ach, das war ja in der Erde der erste Hinweis hier. Nach dem ersten Hinweis haben wir schon. Oh, alter Geist. Oh, da ist eine Ratte langgelaufen. Habt ihr das gesehen? Da ist es schon wieder die Ratte. Okay, die Ratte ist tot. Die Ratte ist tot. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich jetzt echt nicht, die Ratte töten. So. Zack. Und dann ab zur nächsten. Herunter. Jetzt kommt schon wieder so ein Geist, ne? Lässt uns das doch einfach schnell in Ruhe sammeln. Ja, noch einer. Weil wir auch nicht unter Zeitdruck stehen, ne? Der Kollege wartet auf die Hinweise. So. Zack. Haben wir. Aufmountain. Guten Tag. Diesmal war man schnell genug. Ach, das R-Zone jetzt nicht. Da sind immer zu viele Gegner. Habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Zack. Runter. Und wir können die Aufgabe abgeben, aber das werden wir in einer nächsten Folge tun. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play WoW mit unseren Paladin, ne? Auf der Allianz-Seite. Daumen nicht vergessen, ihr wisst es, abonnieren, ihr wisst alles, ich brauche euch das nicht jedes Mal sagen und euch nerven. Ich danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen und tschüss.